Kunst ist ein Medium, das die Reflexion auf tausend Arten auslöst. Das ist die Essenz meines Projektes. Flimmerspiegel ist ein Workshop für Jugendliche in der Berufswahl. Teilnehmer gestalten vier Selbstporträts in Form von Collagen. Die Themen sind erstens die Umgebung, zu überlegen, wo im Haus sie am liebsten sind und warum. Im sozialen Umfeld wird in der zweiten Collage dargestellt. Hier sieht man, wer einen unterstützt und Halt gibt. Die dritte Collage zeigt das Interesse und das Hobby. Und in der vierten stellen die Jugendlichen ihre Wünsche oder Visionen dar. Flimmerspiegel zeigen die Porträtsvielfalt von Kunst und Kultur. Durch die verschiedenen Fragen zur eigenen Person werden die Wünsche in der Collage sichtbar. Die vielen Möglichkeiten, die sind wie ein Flimmern, geben am Schluss ein Gesamtbild einer Person. Sich selber inszenieren, wie zum Beispiel auf Facebook, ist ganz etwas anderes, wie sich selber zu porträtieren. Für das muss man sich selber wahrnehmen und beobachten. Collage machen die Facetten sichtbar, wo Jugendliche sonst verbal Mühe hätten zum Schreiben. Nur wer sich reflektiert, kann genau zielen. Auch in der Berufswahl. Der Inhalt und die Ziele sind den Anforderungen vom Berufswahllehrplan angepasst. Collage können ins Beurteilungsdossier der Schüler beigelegt und als Gesprächsgrundlage beim Berufsberater genutzt werden. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.